Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare 3 und den Prestige Meisterungsherausforderungen im Zombie-Modus. Dieses Mal langsam und ruhig. Dafür müssen wir 150 kritische Söldenabschüsse machen. Ja, am besten trinkt man Detscher Takiri. Den kennen wir ja eigentlich alle, aber ich zeige euch nochmal. Geben wir auf Ausstattung. Und dann haben wir hier den Detscher Takiri. Kann man natürlich auch im Game finden oder an einem Kohleautomaten kaufen. Und ja, dann gehen wir einfach nur rein und suchen uns einen Konvoi, einen Söldnerlager, eine Söldnerfestung und verteilen den Jungs Kopfschüsse. Das ist auch schon alles. Wie das Ganze dafür aussehen kann, zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Und in diesem Sinne, dir wisst ihr Bescheid, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.